beobachten ist es nicht gilt bestimmt gilt ich glaube aber man hat doch ja was glaubst du das ist hier unten ist hier sind noch lauter eier das ist eigentlich nicht geschnitten mecker doch das musst du mir sagen ja hier liegt doch nichts runter müssen weg glaube ich ok und dann links wirst du soo Kirschnera da oben ist der felsen wo hier kommt was ja ich glaube die müssen umbrennen und das ist unser das ist unser hier 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 haken denn sie kriegen einen aggro von dem hinterstand zu so So, okay, ich fieder, fieder, fieder Fein Wo ist die zwei? Ist da hinten noch ein Hacken? Ja, okay, also den Hacken hier oben brauchst du nicht benutzen, der bringt dich... Also das ist, ähm, logisch, ne? Das ist das logisch, da unten ist er auch, aber... Achso, ne, ohne... Ja, aber, wenn du den Hacken oben... Ja, 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 ist ja logisch, ne? Ja, bitte? Ich will dich kennen... Oh Gott, ich will dich kennen... Oh Gott, ich will dich kennen... Oh... Kontrolliere deine Naas... So, jetzt mach mal was hier Äh, ja, sag... Ja, die Eins ist tatsächlich hier irgendwo... Wie kommt man hin? Ja, die Eins ist das andere Quest hier... Ich meine, da unten führt noch ein Weg, glaub ich, hin... Aber sicher bin ich nicht... Weißt du, ich flieg mal runter... Echt? Wir nehmen den Weg vielleicht hier... Ja, den meinte ich ja, den hab ich ja gesehen... Ja, hast du... Äh... 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 Oh... Es geht jetzt ab... Hallo, hallo? Ja... Na, na, na... Sie fliegt wieder raus... Oh, ich hasse das, wenn's dann immer so laut wird, ey... Das ist so nervig... So... Ja... So, ist das doch gar nicht entfernt... Krieg ich's nochmal hin mit dem scheiß Anruf jetzt? Oh, schön laut wird's wieder... Juhu... Und sie ist offline... Das ist egal... Hahahaha... Alter, das ist immer so schön, wenn's dann ultra brutal laut wird, sodass man schwer übrig wird, ne... Und dann wird's wieder leise... Und dann wird's wieder extrem laut... Wirklich... Fantastik... So... Hab ich schon... Ach... Hast du ja schon viel... Ja... Wirklich auch... Was geht'n da auch um... Lockeres Gestein... Für Klima auch... Böööö... Oh, übrigens hast du uns gut geführt zu sehen... Bestein werfen... Wo wirft er den hin? Das ist ne Ziegel... Ja... Hahaha... Also irgendwie... Also wenn ich nicht einsteigen kann, wo ich hinwerfen soll, dann funktioniert das nicht... Guck mal, die knallen ja alles weg, ne... Diese Ziegelstände... Diese Ziegelstände... Äh... Ich hab's... Ich war das... Hahahaha... Hahahaha... Ja, dann nimmst du einen Stein auf und kannst ihn irgendwo hinschmeißen, aber bringt überhaupt nichts... Weil du ihn nicht werfen kannst... Weil du ihn nicht werfen kannst... Ja... Ja... Ich dich auch manchmal, ne... Hass, Hass und so, ne... Haha... Okay... Cool... Achso... Ich nehm die Steine nicht, dass du... Ich... Wir brauchen noch, äh... Ziegeln... Wie den mir einer klaut... Alle klauen sie dem das hier, ey... Ja, wir brauchen noch Ziegen, aber wir haben auch noch dieses Bonus-Ziel... Und... Im Prinzip würde ich sagen, wir warten mal hier, bis die Ziegen wieder auftauchen... Ja... Machst du da unten was kaputt gehurt? Ja, da ist n' Drache... Wie ist der Schaub? Weil... Ddup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup-dup... Niii... Prozent ob dann nicht in den Weg noch und man die Eier 2 Ja. Läuft ruhig. Sooooo. Ähm, ob schon wieder Ziegen da sind? Also richtig schnell Spawn tun die auch nicht, ne? Könnte sein, ne? Gut, hier ist noch ein Ei. Ja hier liegt auch noch ein Draht, der schläft. Ich weiß nicht. Er schlief. Guck mal wie ich den allein gewohnert habe. Ja, natürlich. Du spielst ja auch immer alleine, ne? Naja, ich zieh dich ja durch, ne? Die Zeiten sind glaube ich vorbei. Ja. Denkst du. Drache! Was ist? Wo ist ein Drache? Da ist ein Ei. Wie geht das Ei rein? Oh. Oh. Slash. Ich hab das Gefühl, immer wenn wir weggehen, wo... Äh... ...hauen die die Ziegen weg, die vielleicht schon kommen. Okay, ähm... Jetzt sollten wir langsam wieder so um die Richtung des Weges, äh, uns begeben. Was ist da unten? Es wird da angezeigt. Oh. So. 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 Und ein Drache. Fian Skagel. Das ist Fian Skagel. Das ist Fian Skagel. Weiß ich doch nicht. Wieso bist du da unten? Weil da viele Eier sind und ein Drache da war. Den ich nicht köschen kann, weil du nicht da bist. Ich hab da jetzt extra runtergehauen. Für so einen euren Drachen. Wird schon umständlich. Oder umwendig, würde ich sagen. Nein. Oh, die Scheiße. Schon wieder die... Schicht, ich... Oh, heute hört es heiß, glaub ich hier. Oh, heute hört es heiß, glaub ich hier. Oh, heute hört es heiß, glaub ich hier. So. Weißt du das? Nein. Es ist nichts vom Wasser. Ach, hier. Was ist da? Sag ich dir nicht. Du hast es extra gemacht, damit ich nicht vor dir laufe. Ich hab's nicht mehr vergessen. Du hast es extra gemacht, wenn du hier hattest. Du hast es extra gemacht, aber du hast es extra gemacht. Du hast es extra gemacht, aber du hast es extra gemacht. oh mein Gott, so viele Ziegen holy smoke, kommen das die alle Polen hier Polen, alles be quick oh be dead du 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 wupp 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 ja komm mal zu mir, ich hab ja 3 gepultiert da ist ja so ok ich schätze mal eine ziege bräuchten wir noch da ist eine die stehen immer verkrügeln ist einfach zu süß diese dc sind die kosten echt jetzt noch ein bisschen du blöde sauer so jetzt die scheiße ordentlich fertig quest entdeckt bringt die probe zu mamma buddell entalaran geht doch da nicht hin wenn ich nichts davon habe ne das bettet oder das doch liegen die scheiße ja dann darfst du auch jetzt nicht kloppen doch ich muss kloppen ohne klopper bin doch was denn soll denn mit dir hier bist du auch müppig oder was denn wir müssen die symphonen zu Ende bringen da noch hier eins guck mal was ist das oh gott ich dachte ja was dachtest du eine stunde gucken wir mal da kommen wir ja rechtzeitig rein ach hier Artefakt machen wir auch noch zu jetzt sind die ausgestorben könnt ihr die wäpplinge auch irgendwie runter holen hier hab ich ja ich mach am wenigstens was hier fürs team das hast du richtig erkannt guck mal wie ich hier noch so einen drachen hole hier gibt es hier gibt es hab ich fertig gemacht ja dann ach gott jetzt kommen die alle wieder hier quest abgeben oh das ist aber ziemlich weit obwohl da oben ist ja am flugpunkt wo ist der flugpunkt ja guck mal auf die karte so am rande der klippe wenn wir theoretisch so als würden wir gerade ausgehen dann würde es ja kommen ok na dann für mich ne für du doch wieso ich ich weiß ja gar nicht ob man so ich weiß ja gar nicht ob man so ob er gerade aus so ein bisschen runterfallen hier und hier auch noch und hier oh was machst du guck hier ist der quest da ist auch ein weg gewesen ja folgt dem veräxigten rahmenbären zum häuptling der schwarzfedern ja das ist der fett ey das ist bestimmt halbe händchen ja das ist ja ne eule ich hasse eule hier im spiel ne mhm oh das erz und das ist der flugpunkt ey wo will der jetzt hin ey nicht sein ernst oder hier hier rein ja rein schnell hinterher oh mein gott ich häng fest hier oh ah ok da ist doch der ah ok das geht nicht chill oh ok tötet acht tobende bummsi rums und was haben wir hier Nen Hörks Triebhut. Okay, sammeln und bla bla bla. Oh, ich muss mich... Moment. Oh, was für'n Geräusch. Ah, ich weiß nicht, ob ich... Ich geh'n doch erstmal ein bisschen. Wieso? Ich weiß nicht, ich dachte, wir wären mal wieder in der Zeit, ne? Äh... Meine Mücke! Eine Mücke! Von... meinem Gesicht, ey. Alter Scheiße, wo war'n der Weg jetzt eben hier? Auch hier, die Drachen müssen nicht bitten. Nee, ich will erstmal... Eigentlich wollte ich erstmal zu der anderen quirlen. Ich wollte auch diesen Flugpunkt haben. Jetzt bin ich irgendwo runtergefallen hier. Ey, so eine Fickscheiße ist. Wieso fällst du denn einfach runter? Das versteh' ich. Jetzt bin ich... Jetzt hab' ich mich komplett verlaufen. Ja kacke, weil du stehen geblieben bist. Ich wollte einfach... Such den Haken. Hier ist keiner. Ja. Schön, Knochen. Schön. Der Flugpunkt ist irgendwie vor mir. Ich weiß auch nicht, was unter mir ist. Ich bin nicht mal kurz, ne? Ja. Zurecht. Ich bin am Rand! Da ist ein Hammer. Ich geh' mir nicht auf'n Sack jetzt, echt. Sonst? Ach, ich seh' dich. Tja. Ob du da jemals rauskommst bist. Also unter mir sind Mobs, aber ich weiß nicht, wie ich da... Bist du jetzt runter? Ganz? Nein. Aber ich bin ja auf so'n Vorsprung und da gibt's nix. Oh, da komm' ich nicht rauf. Oh, ich flieg' mal runter. Oh, da komm' ich nicht rauf. Oh, ich flieg' mal runter. Was machen wir jetzt? Weiß ich doch nicht. Ich bin doch nicht scheiß Jesus. Hm. Ich hab' ja auch einen Raummobel in der Erde. So, so. Okay. Wo bin ich hier? Der ist von so'n scheiß Kalmar angegriffen. Oh, ist das eine Kacke hier. Ja, was ist denn nun? Was mache ich jetzt? Ja, weiß ich nicht. Ich sterbe gleich, weil ich angegriffen bin von einem Sternenbock. Hm, ist ein Rahmob. Ich bin jetzt tot. Okay. Geht's. Oh, hier ist eine 110er Elite, echt. Echt? Hm. Ich bin jetzt. Und ich würde nicht gerade, wie ich hier wieder hochkommen könnte. Ja, Leute, jetzt müsst ihr zu gucken, wie auch. Ja. 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 Bruder. Was geht? Ich mache einfach mal ein Päuschen und ich gehe nach Talaran und wir geben uns wieder hierher. Okay. Ein Päuschen, ja? Ja. Schatz, ey. Ja.